Ich habe hier zwei Bromantiker entdeckt, die schnappen wir uns mal kurz. Jakob, hallo! Hallo! Lang, lang ist es her. Super Bowl in deinem Stadion, wie fühlt sich das an? Ja, ein bisschen so, wie wenn jemand bei dir zuhause auf der Couch sitzt und so deine Füße auf deinen guten Futon drauf setzt. Aber ja, es ist was süßiger. Aber trotzdem, was hältst du von der ganzen Show, Las Vegas, Super Bowl? Digga, dafür ist Vegas gebaut. Vegas ist dafür gebaut, eine Show zu machen und ich denke, wir werden diese Woche wirklich sehen, was Vegas zu bieten hat. Das größte Event in den USA, in der Stadt mit der besten Show, ist Match Made in Heaven. Was denkst du bei dem Duell der Quarterbacks? Purdy gegen Mahomes, der totale Underdog gegen den Mann, der das hier schon ein paar Mal gewonnen hat? Ja man, also das ist wie immer im Football, der Quarterback ist zwar der mit der meisten Verantwortung wahrscheinlich, aber er entscheidet das Spiel auch nicht alleine. Also die Chiefs haben ihren Weg und ihr System, die Folgen Niners haben ihren Weg und ihr System. Und wir werden sehen, welche Mannschaft da am Ende oben rauskommt. Ich mag beide nicht, aber wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich mit den Folgen Niners gehen. Woran liegt das, dass du beide nicht magst? Bei den Raiders sind es die letzten zwei Jahre, da ist keine Liebe für die Folgen Niners oder die Chiefs. Und es fällt mich schwer, für irgendeines von diesen roten Teams hier zu routen. Ich habe kein Problem. Ich habe keine Zeit, bei den Schiffen Ministers. Aber das ist gereinigt.